Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region. Mein Name ist Noemi Giergler und gemeinsam mit Larissa Anton begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden. Wir wollen herausfinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Raben von der Burg Stolzeneck befassen. Dazu freue ich mich ganz herzlich, Herrn Dr. Lenz bei uns begrüßen zu dürfen als Experten für die Stolzeneck und das Thema im Allgemeinen. Und wir haben auch eine kleine Neuigkeit, was den Raben anbelangt, um das schon mal vorwegzunehmen und die Darstellung des Raben vor allem. Aber dazu kommen wir später. Diese Folge wird präsentiert vom Bike Center Moosbach. Hier finden Sie die größte Auswahl aus knapp 190 Marken in der Region. Die TÜV-zertifizierte Werkstatt hilft jederzeit gerne weiter. www.bikecenter-moosbach.de Direkt an der S-Bahn-Haltestelle Moosbach-West Der Rabe von Stolzeneck Eine der schönsten Höhenburgen im Neckartal ist die Burg Stolzeneck. Vor vielen Jahren lebte dort Ritter Ottmar von Horneck mit seiner schönen Schwester Willis Winde. Als er sich an einem Kreuzzug ins Heilige Land beteiligte, ließ er die Jungfrau in der Obhut eines zuverlässigen Dieners zurück. Ihr Liebling war ein Rabe, den sie selbst aufgezogen hatte und er tröstete sie in ihrer Einsamkeit. Da erschien eines Tages ein fremder Ritter, der Willis Winde zur Frau begehrte. Weil er aber ein grober, roher Mensch war, lehnte sie seinen Antrag ab. Da drangen seine bewaffneten Knechte in die Burg ein und töteten alle Menschen und Tiere. Da Willis Winde sich noch immer weigerte, seine Frau zu werden, sperrte sie der Unhold in einen Turm, der einsam im tiefen Walde lag. Nach dem Willen des Ritters sollte Willis Winde nichts zu essen haben, bis sie seiner Werbung nachgebe. Aber der treue Rabe war seiner Herrin gefolgt und brachte ihr täglich Bären und Waldfrüchte. Als ihr Bruder endlich heimkehrte, führte ihn der Rabe zu dem einsamen Turm. Da nahte schon der mörderische Ritter und es kam zum erbitterten Kampf. Fast wäre Ottmar unterlegen, doch plötzlich flatterte ein ganzer Schwarm Raben herab, stürzte auf den Bösewicht und hackte ihm die Augen aus. Herr Ottmar nutzte seinen Vorteil und bald sank der Bösewicht leblos zu Boden. An diese Begebenheit erinnert ein in Stein gemeißeltes Bildnis des treuen Raben. Herr Dr. Lenz, Sie haben sich unheimlich lange mit den Burgen beschäftigt, im Neckartal, ganz besonders auch mit der Burg Stolzeneck. Gibt es, mal abgesehen davon, dass es die Burg Stolzeneck tatsächlich gibt, reale Vorbilder zu dieser Sage? Tja, für einen Historiker ist es eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich würde das so interpretieren, dass es Fassadstücke gibt, kollektive Erinnerungen vielleicht an ehemals handelnde Personen oder Ereignisse. Und daraus hat sich dann im Lauf der Jahrhunderte die Sage entwickelt. Aber den Ottmar von Horneck selber können wir nicht nachweisen, oder? Nein, also es gibt ja zwei Geschlechter, die sich nach Horneck nennen. Das eine ist im 13. und 14. Jahrhundert nachweisbar. Ich denke, dass diese Herren von Horneck mit der Sage gar nichts zu tun haben. Das zweite wäre ein anderes Adelsgeschlecht, die sogenannten Horneck von Hordenberg. Und die hatten tatsächlich im frühen 15. Jahrhundert und dann noch einmal im 16. Jahrhundert die Burg Stolzeneck als Lehen des Pfalzgrafen in Besitz. Also kann es sein, dass der Name einfach im kollektiven Gedächtnis geblieben ist und dann in die Sage eingeflossen ist, die man sich schon erzählte? Als Historiker sage ich jetzt einfach ja. Weshalb ich da so nachhake, ist die Sage um den Raben von der Burg Stolzeneck. Die findet man ja nicht nur an der Burg Stolzeneck. Es gibt ja eine ganz ähnliche Sage, die auch räumlich nahe bei ist, und zwar die Sage der Uta von Reichenstein. Larissa, könntest du die Sage kurz zusammenfassen? Ja, die Sage ist wie gesagt recht ähnlich. Es gibt die schöne Uta von Reichenstein, zugehörig zu der Burg in Neckargemünd. Sie hat einen zahmen Raben, der auch ihren Namen sprechen kann. Und eines Tages wird erzählt, ihr Vater war auf einem Raubzug im Neckartal, als dann ein anderer Raubritter auf der Burg erschien, die ja nicht so bewacht war, und sie dann entführte, nämlich Bligger von Steinach. Welcher Bligger das ist, es gab nämlich um die 13, glaube ich, die Bligger von Steinach nacheinander hießen. Auf jeden Fall hatte sie ihn abgewiesen, und der Abgewiesene wollte sich damit nicht abfinden, hat sie also entführt, auf sein Schwalbennest in Neckarsteinach geschleppt und dort hinter Gittern eingesperrt. Eventuell ist damit auch der Turm des Schwalbennests gemeint, ist aber in der Sage nicht erwähnt. Der Rabe ernährt sie daraufhin mit Nüssen und Beeren, weil sie soll ausgehungert werden und eben zustimmen, dass sie ihn heiratet. Als Bligger plötzlich diesen Vogel sieht und ihn mit einem Pfeil erlegen will, stürzt sich der Rabe auf ihn und hackt ihm in die Augen, woraufhin er zurücktaumelt und in den Abgrund stürzt. Das sind alles Motive, die wir jetzt gerade eben schon mal bei der Burg Stolzeneck gehört haben. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass diese Sagen sich so ähneln und räumlich auch so beieinander sind. Könnte es dafür irgendeine Erklärung geben, beispielsweise, dass ein fahrender Bade oder ein Sänger durchs Neckartal zog und an verschiedenen Orten eine sehr ähnliche Geschichte erzählte? Nun ja, das alte edelfreie Geschlecht von Steinach, da gab es ja auch einen Minnesänger, auf den ja Neckar Steinach sehr stolz ist. Deshalb ist es durchaus denkbar, dass ein Minnesänger eine solche Gegebenheit, in welcher Form auch immer, auch weitergetragen hat. Wenn ich mir nun die Geschichte der Burg Reichenstein anschaue und Historiker sind ja gewohnt, nach Quellen und Fakten zu gehen, dann muss ich sagen, Reichenstein, da besteht ja allenfalls heute noch ein paar Umfassungsmauern, die auch teilweise sehr stark verändert sind. Es ist noch ein alter Zugang zur Burg vorhanden. Ob der an der originäre Stelle sitzt, ist auch nicht gesichert. Eines jedenfalls springt aber sofort ins Auge. Es gab kein Geschlecht von Reichenstein. Und deshalb ist auch die Uta von Reichenstein eigentlich, wenn man so will, eine Schimäre, ein Relikt einer Sage. Gehen wir noch weiter auf die Motive ein. Larissa, du hattest gerade schon erwähnt, als Vorbild könnte das Schwalbennest gedient haben. Gibt es denn auch bei der Burg Stolzeneck einen Turm, vielleicht nicht unbedingt tief im Walde gelegen, aber etwas, das als Vorbild gedient haben könnte? Ja, das heutige Aussehen der Burg Stolzeneck ist ja nicht das Originäre. Man hat ja zur Mitte der 60er Jahre Ausgrabungen in der Kernburg, also in der Hauptburg der Burg Stolzeneck unternommen und hat man tatsächlich andere Fluchten entdeckt. Die heutige Gestalt ist ja über diese Fluchten hinweg gebaut worden. Und diese Fluchten, diese Mauerreste, die man gefunden hat, die sind sehr klein, sodass man davon ausgehen kann, dass die eigentliche alte Burg Stolzeneck vor den Umbauten des, sage ich mal, 15., 16. Jahrhunderts ein Wohnturm gewesen ist, der ein Turmgebäude mit mehreren kleineren Gebäuden, die dann nur noch von einer Ringmauer, einer viel schwächeren Ringmauer wie heute, umgeben war. So kann man also vielleicht schon vermuten, dass die Erinnerung daran an diese alte Form der Burg, in der Metapher einen Turm irgendwo im Walde oder auch in der Burg, könnte sowas gewesen sein, ja. Gibt es eine Erzählung, die darauf hinweist, dass ein solcher Turm vielleicht mal zu einer Art Gefängnis geworden ist? Keine Erzählung. Ich kann das nur für die Burg Dilsberg bestätigen. Die Burg Dilsberg gehört auch zu meinem Repertoire an Burgen. Das frühere Aussehen der Burg Dilsberg, das war auch ein Wohnturm. Und in diesem Wohnturm waren Ritter, die sich mit dem Pfalzgrafen in einem Streit lagen, waren verpflichtet, für eine gewisse Zeit in diesem Wohnturm zu verbleiben, bis eben das Urteil gefällt wurde. Also hier könnte auch ein Bezugspunkt zur Sage gewesen sein. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation. Ja, aber es ist ja auch nicht weit weg von den Orten, um die es geht. Ja, das Motiv der Jungfrau im Turm, da es sich ja auch um eine Sage handelt, ist ja in Sagen nicht so selten. Deshalb ist es durchaus möglich. Es gibt ja auch Versionen des Raben von Stolzeneck, wo sie in der Burg eingekerkert wurde, aber eben auch die Sage der Jungfrau im Turm. Das kennen wir ja auch von der heiligen Barbara. Der Vater will ja einen Ehemann aufzwingen. Sie lehnt den ab, weil sie eigentlich erst mal für Christus leben will. Sie wird dort, um ihren Willen zu brechen, eben eingekerkert. Aber auch im Märchen Rapunzel wird die Jungfrau im Turm, eben soll vor Männerzugriff geschützt werden. Und vielleicht hat man dieses Motiv dann einfach auch in den Varianten verändert, dass einer gedacht hat, ja eigentlich müsste sie ja in einen Turm weg von der Burg, wie man das so kennt, die Jungfrau im Turm, und hat deshalb diese Variante geschaffen. Du hast jetzt gesagt, Rapunzel, der große Unterschied ist, Rapunzel ist ein Märchen. Wir haben es jetzt mit Sagen zu tun, auch wenn es ein bisschen spitzfindig ist, aber sollte erwähnt werden. Aber wo das Ganze ja auseinander geht, ist der Punkt, Rapunzel beispielsweise sollte ja vor dem Zugriff der Männer geschützt werden. Und Uta und Willis Winde sträuben sich ja von sich aus, diesen Ritter zu heiraten. Nun deutet ja einiges darauf hin, mit der Beschreibung dieses ungewollten Freiers, dass es sich dabei vielleicht um jemanden gehandelt hat, der nicht nur aufgrund seines Auftretens, sondern vielleicht auch aufgrund seines Standes nicht unbedingt gewollt war, dass er für eine Heirat auch einfach nicht in Frage kam. Wie sah das damals aus? Konnte sich eine Frau einfach weigern, jemanden, der ihr nicht genehm war, zu heiraten? Ja, im Grunde genommen wurden Frauen verheiratet. Aber wir kennen das ja aus dem Mindesthang, wir kennen es jetzt auch aus Märchen oder aus Sagen, dass es offenbar doch Freiräume gab, sich zu verweigern einer Ehe, die möglicherweise dem Vater oder den Eltern genehm, aber der Frau eben nicht genehm war. Und vielleicht kann man das auch als frühe Form von Emanzipation bezeichnen. Der Ritter wird ja nicht gerade positiv beschrieben und um die Burg Stolzenecke ranken sich ja sehr, sehr viele Sagen und Legenden. Unter anderem wird der Stolzenecke ja immer wieder nachgesagt, dass sie eine Raubritterburg gewesen sein soll. Die Geschichte dahinter ist, dass es einen geheimen Gang gegeben haben soll, der zum Neckar führte, damit man schnellstmöglich, wenn man sah, dass da ein Schiff kam, eine große Kette spannen und das Schiff überfallen konnte. Ist da irgendwas dahinter oder ist das reine Fiktion? Also einen Geheimgang von Stolzeneck durch den Berg, durch zum Neckar, der damals ja gar nicht so tief war wie heute, er war ja viel flacher, weil das Wasser konnte sich ja ausdehnen auf den angrenzenden Wiesen. Aber einen Gang anzunehmen, halte ich für einen großen Blödsinn. Ich habe allerdings einen Geheimgang vor vielen Jahren, als ich noch Student war und noch körperlich sehr viel dünner war, erkundet und zwar auf der Minneburg und das war eine Art Fluchtweg, der im frühen 16. Jahrhundert beim Umbau der Minneburg erbaut wurde. Der lief von dem einen Turm unter dem Mauerweg durch in das Freie und das sollte, falls die Burg belagert wird, doch eine Möglichkeit geben, dass einer der Burginsassen nach außen, unentdeckt nach außen kommt und Hilfe herbeiholen kann. Also Geheimgänge ja, allerdings einen Geheimgang runter zum Neckar, durch das Gestein hindurch, halte ich für sehr weit hergeholt. Aber die Minneburg liegt ja jetzt auch nicht so weit von der Stolzeneck entfernt. Könnte es sein, dass man einfach in der Überlieferung wusste, irgendwo verläuft da ein Gang und da was umgedichtet hat? Man hat sicherlich gewusst, dass es so Fluchtwege, Fluchtgänge aus Burgen gegeben hat. Ich kann mich gut erinnern, dass mir ältere Leute oft erzählt haben, dass es einen Geheimgang von der Minneburg runter zum Neckar oder auch von Stolzeneck runter zum Neckar gibt. Nur stellen Sie sich das mal technisch vor, einen solchen Gang zu bohren und dann, wie wollen die feststellen, wenn jetzt ein Schiff kommt, dass sie dann überfallen können? Ich habe ja erwähnt, der Neckar war viel flacher als heute. Dann mussten sie ja immer einen Wächter haben auf der Burgmauer oder irgendwo, wo ein Aussichtspunkt war. Und dann mussten sie alle losrennen durch einen Gang runter zum Neckar. Also das halte ich für unmöglich. Aber es ist schön für die Sage. Ich finde das toll, dass man das so erzählt. Es gibt dem Ganzen ja auch etwas Flair und etwas Schönheit. Und wenn eines Tages mal ein Historiker oder ein Archäologe da einen Gang wirklich findet, dann bin ich der Erste, der aufspringt und Hurra schreit. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, der Wächter im Turm. Willis Winde hatte ja Gott sei Dank ihren kleinen gefiederten Wächter. Damit wir jetzt mal zum Motiv des Raben überschreiten. Und zwar, dieser Rabe wird ja letztendlich als ihr Retter und ihr großer Helfer beschrieben. Das ist für Raben jetzt auch nicht unbedingt zu verallgemeinern. Der Rabe wird ja sehr ambivalent, gerade auch in verschiedenen Kulturen dargestellt. Larissa, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, der Rabe ist ja vor allem auch in der nordischen Mythologie, wie wir es ja auch mit den zwei Wölfen haben, die Odin begleiten, den obersten germanischen Gott, hat er ja eben auch zwei Raben, Hugin und Munin. Gedanke und Erinnerung. Aber auch in der Antike der Griechen ist er ja erst das Tier von Athene gewesen. Aber er war halt unzuverlässig und hat wohl auch Geheimnisse ausgeplaudert, sodass sie sich von ihm getrennt hat und die Eule an seine Stelle gesetzt. Er war auch dem Gott Apoll zugeordnet, sollte einen Auftrag ausführen, hat das dann wahrscheinlich, weil er sich verschwätzt hatte irgendwo und weil er gewartet hat, bis irgendwelche Früchte reif waren, weil er die fressen wollte, sich verspätet und daraufhin soll sein ursprünglich weißes Gefieder in ein schwarzes verwandelt worden sein und er wurde vom Gott Apoll eben verstoßen. Manche sehen darin auch eine Vergleichbarkeit, der gefallene Engel, der Rabe wie Luzifer und wird dann ein teuflisches Wesen, was man ja auch als Hexentier dann in vielen Sagen oder wenn man Kinder Hexen malen lässt, haben die eigentlich immer Rabe und schwarze Katze bei sich. Also das ist durchaus überliefert. Aber über den Raben gibt es so viel auch in der Bibel und der Rabe kommt meist nicht gut weg. Noah in der Arche, ewig geregnet, gibt es schon Land. Er wird zweimal den Raben eben ausschicken, einmal kommt der Rabe noch zurück, dann kommt er nicht mehr. Der Noah weiß nicht, was das soll. Und deshalb wird am Schluss die weiße Taube geschickt und die bringt den Ölzweig und sagt, ja, es gibt Land und es gibt auch schon wieder Bäume. Der Rabe war wieder unzuverlässig und kommt halt wieder schlechter davon. Aber für zum Beispiel Einsiedlergeschichten ist der Rabe oft der einzige Freund. Er ist auch nicht nur Freund, sondern auch durchaus Ernährer, zeigt vielleicht, wo Nahrung ist. Und da gibt es ja auch einige Eremiten oder auch der Prophet Elia in der Bibel, der mit einem Raben in Verbindung gebracht wird. Und es ist ambivalent, was den Raben angeht. Bei den Indianern ist er durchaus eine positive, sehr schlaue Gestalt, aber auch trickreich und schelmisch. Jetzt bleiben wir aber mal bei uns im europäischen Raum. Da ist der Rabe ja jetzt nicht unbedingt immer nur, du hattest es schon angesprochen, er gilt als Unglücksbote, er gilt als Hexentier, er gilt als mit dem Teufel im Bunde. Umso erstaunlicher finde ich es eigentlich, dass wir es jetzt hier wirklich mit einer absolut positiven Bewertung des Raben zu tun haben. Ist da der Grund, vielleicht auch in dem Verhalten der Tiere, das beobachtet werden konnte, zu suchen? Möglicherweise. Also als ich noch in der Mittelaltersszene tätig war, war da auch eine junge Frau, die einen Raben immer dabei hatte. Und der war so abgerichtet, dass er auf ihrem Korbhenkel saß und ist dann überall mitgekommen. Und der war auch nicht angebunden. Ja, also ich kann nur noch hinzufügen, Raben gelten ja als Gelerik. Und möglicherweise sind dann diese Fähigkeiten auch in die Sage mit hinein aufgenommen worden. Wobei die Sage, man sollte vielleicht auch weggehen von dem Denken, dass es eine Fassung von Anfang an war. Es ist immer verändert worden und es sind verschiedene geschichtliche Andeutungen, wie Kreuzzüge, wie der Pfalzgraf, wie die Burgen und so weiter. Und so ist die Sage im Endprodukt, so wie wir sie heute kennen, und da gibt es ja auch wieder unterschiedliche oder sehr viele Abweichungen, so ist die Sage dann eigentlich entstanden und zusammengesetzt worden. Was ich auch ganz interessant finde, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich in der Sage darauf stoße, dass der Rabe quasi dann letztendlich auch noch als Strafen da zurückkommt und sich direkt auf die Augen des Bösewichtes stürzt. Könnte es da irgendeinen realen Bezug geben, dass man was beobachtet hat? Ist durchaus denkbar. Wenn man zum Beispiel sieht, dass Diebe an Galgen aufgehängt wurden und man hat dann die Körperhängen und die Raben haben sich dann an dem Leichnam bedient und es wird ja auch bei den Raben oder es gibt ja auch das Begriff des sogenannten Galgenvogels, sodass da möglicherweise auch ein Bezug oder ein Zusammenhang zu sehen ist. Also wäre es unter Umständen denkbar, dass man eben beobachtet hat, dass Straftäter, Menschen, die etwas Böses getan haben, von den Raben so traktiert worden sind, dass das vielleicht auch einen Einzug in die Sage gefunden hat, quasi als Abstrafung für diesen bösen Ritter? Ja, es gibt ja eine christliche Auslegung, dass der Rabe als Sinnbild des Teufels die Sünder blendet. Im realen Leben war es wahrscheinlich einfach so, dass die Augen halt besonders weich und gut erreichbar waren und vielleicht auch sehr gut geschmeckt haben. Also durchaus ein realer Bezug, der hier zu finden ist. Was mich noch interessiert, wir haben ja jetzt auch schon angesprochen, die Sage hat sich immer wieder verändert und es kamen Motive hinzu, man kann nicht von der einen Ursage ausgehen. Wann fängt es denn an, dass diese Sagen verschriftlich werden beziehungsweise wann kann man denn den Raben von Stolzeneck zum ersten Mal schriftlich fassen? Also Sagen, könnte ich mir vorstellen, sind ja von Generation zu Generation weitergegeben worden. Allerdings bei der Minneburg kann ich die Sage bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen, bei Stolzeneck nicht. Nach meinen Recherchen ist die Geschichte mit dem Raben von Stolzeneck erst im frühen 19. Jahrhundert, möglicherweise schon im späten 18. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in dieser Zeit, als das alte Deutsche Reich durch diesen ständigen Druck aus dem Ausland, aber auch durch innere Zerfallprozesse ist untergegangen, ist aufgelöst worden und im Wiener Kongress ist es dann nicht gelungen, einen auf demokratischer Basis organisierten neuen Gesamtstaat zu bilden und dann hat man sich dann sehr viel in die Kultur vertieft und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann auch so für diejenigen, die Sagen aufnotiert haben, die zugehört haben, denken sie auch an die Spinnstuben im Winter, wo solche Dinge erzählt wurden, da war es draußen noch dunkel und dann hat man besonders viele, Anführungszeichen, Geister und Gespenster gesehen. So kann ich mir schon vorstellen, dass dann diese Sage aufnotiert wurde. Es war also ein Rückbegriff oder ein Rückgriff auf die eigene Kulturen und so hat man sich dann diese Sage sich vorzustellen. Die Sage des Raben von Stolzeneck, wie gesagt, ist erst zur Mitte des 19. oder spätes 18. Jahrhunderts aufgezeichnet worden. Nun haben wir ja aber nicht nur eine schriftliche und eine mündliche Version des Raben von Stolzeneck, sondern es heißt ja auch immer, dass ein in Stein gemeißeltes Bildnis an diesen Raben erinnert und soweit ich weiß, haben Sie da eine neue Theorie. Was hat es mit diesem Bildnis auf sich? Wo ist es? Was stellt es dar? Also es ist keine Theorie, sondern es ist tatsächlich ein, ich habe das abfotografiert, die Burg Stolzeneck kann man im Moment ja nicht betreten, wegen Steinschlaggefahr. Also bitte nicht losmarschieren und sich das anschauen. Am Palast, also an der Wohnung des Burg Herren, befindet sich etwa im zweiten, dritten Stockwerk eine Skulptur. Diese Skulptur wurde vermauert, um ein Fenster zu verkleinern. Aber diese Skulptur, und so wird es ja immer behauptet, in den Aufzeichnungen, soll Raben zeigen. Aber wenn man sich das anschaut, das sind keine Raben, sondern das ist ein Neidkopf oder noch viel härter ausgedrückt, eine Teufelsfratze, die man sieht. Und unterhalb dieser Teufelsfratze schlängeln sich zwei Schlangen aus den Mündern der Schlangen, schlängeln sich kleine Schlangen und aus der Teufelsfratze schlängeln sich wie zwei Vampirzähne auch zwei Schlangen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, als man die Sage im 19. Jahrhundert oder meinetwegen auch im 18. Jahrhundert aufgezeichnet hat, konnte man die Figur im Burghof nicht erkennen. Und so hat man aus diesen zwei Schlangen zwei Raben gemacht. Und hat es dann auch behauptet, das wäre an der Skulptur gut zu sehen. Und das ist wirklich nicht richtig. Ich habe einen Beitrag geschrieben über die Frühgeschichte der Burg Stolzenegg, die beim Bräubergbund erscheint, in der Zeitschrift der Odenwald. Und da ist auch diese Skulptur an der Pallaswand der Stolzenegg und auch die Zeichnung, die man mal im späten 19. Jahrhundert angefertigt hat, gut zu sehen. Also, wer sich dafür interessiert, bitte nicht auf die Burg gehen. Die Burg ist abgesperrt. Und ich kann da nur drauf verweisen, wer die Skulptur sehen will, bitte lesen Sie den Beitrag im Odenwald. Dann schließen wir an dieser Stelle. Ich freue mich schon darauf, die Publikation auch selber zu lesen. Ich bin gespannt. Es sind ja einige neue Erkenntnisse, die jetzt gekommen sind. Aber wahrscheinlich ist es wirklich darauf zurückzuführen, dass man damals von unten eben noch nicht fotografieren, ranzoomen oder irgendetwas konnte und sich dann eben den Raben zurechtgelegt hat. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was war zuerst da? Die Sage oder die Skulptur? Tja, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? In unserer nächsten Episode werden wir uns mit einer Legende auseinandersetzen. Sowohl eine kleine Spukgeschichte als auch ein historischer Mordfall aus dem 18. Jahrhundert werden uns dann beschäftigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.